Hallo, willkommen zu einem neuen Video über Klassiker, über Filme, über Geschichten. Also ich kann den ganzen Tag über Geschichten reden und der Thomas Tom hat mich halt gefragt, wegen Filmklassikern, ob ich mal was sagen kann. Er könnte zwei, drei Empfehlungen vielleicht gebrauchen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machst du das mal. Ich rede halt sehr gerne darüber. Ich habe tatsächlich eben schon mal aufgenommen, das Video, musste es aber wieder löschen, weil überall Content-ID-Treffer waren, weil im Hintergrund, als ich das angeklickt habe, kleine Trailer liefen, weil ich mache ja Werbung für die Filme und wenn da ein Trailer ohne Ton in kleinem Bild im Hintergrund läuft, dann ist es Grund genug, meinen Kanal dafür zu riskieren, weil YouTube es komplett verblödet. Und da müssen wir das jetzt ein bisschen anders machen. Ich suche da ein Bildchen raus. Die Liste, die ich euch jetzt zeige, das ist jetzt nur, ich habe so mein Account mal vor Jahren da gemacht und einfach mal Filme geedit. Also die 174, die da sind, die gehen wir nicht alle durch. Und die ist ja auch nicht erschöpfend, die Liste, da gibt es sicher noch viel, viel mehr. Ich gehe einfach mal, ich habe das jetzt nach Datum hier sortiert, ja. Also 54 fängt das dann jetzt an. Ich gehe jetzt einfach mal, wie weit lustig sind, die erste Reihe durch, ja, und rede dann über ein paar, die ich persönlich für, ja, so eine Art von Klassikern halte, ja. Machen wir das einfach mal. Also 20.000 Meilen unter dem Meer wäre so das Erste. Und zwar, Moment, so. Das ist eine Geschichte von Jules Verden, die kennen die meisten ja wahrscheinlich schon. Wer nicht, kann ich dringend empfehlen. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Ist von Walt Disney gemacht. Damals hat Walt Disney auch gute Filme gemacht. Und da denkt man direkt, Walt Disney, Kinderfilm und so, ist das aber nicht. Also diese Fassung, das ist in den richtigen Bildchen finden, ist tatsächlich für Erwachsene. Also auch dem Buch entsprochen, das ist zwar von Walt Disney gemacht, aber das ist auch dann eben alles, das ist wirklich für Erwachsene gemacht. Und das Schöne an diesem Film ist, dass, obwohl das halt aus den 50er Jahren ist, dass dieses Modell der Nautilus und auch von dem Innenleben und alles, dass es halt richtig aufgebaut wird. Ja, die haben dann so ein richtiges Segelschiff und unter Wasser. Also das sind halt nicht diese ganzen computeranimierten Sachen. Man merkt halt wirklich, dass das echtes Stahl ist und so. Und auch der Taucheranzug und so weiter, echter Hai. Das war leider im Ganzen so ein extra Flair. Worum geht die Geschichte? Ganz kurz nur zusammengefasst. Die geht halt um diese Nautilus, dieses Unterseeboot und der Käpt'n Nemo, wie heißt der? Ich muss mich überlegen, ob das schon Troll ist, wenn der Nemo heißt. Aber der hieß ja, glaube ich, wirklich so in dem Ding. Der ist auf jeden Fall, mit diesem Boot fährt er halt rum und versenkt halt Schiffe. Und ein Wissenschaftler mit seinen Gefährten, wie man es nennen möchte, der wird dann von ihm aufgefangen im Meer. Und dann lernen die halt das Schiff kennen und die Missionen von dem, worum er das macht und alles. Und dann ergeben sich daraus halt verschiedene Geschichten. Und dann spielt das aber auf dieser Nautilus die ganze Zeit, diesen ganz besonderen U-Boot und das Leben, was der Unterwasser für sich schafft und so weiter. Da wird eine ganze Welt schön gezeichnet und die nehmen sich halt Zeit damit. Mit Kirk Douglas, auch Musikeinlagen bei alles. Und der ist sehr lange, der Film. Ich glaube, über zwei Stunden geht der und hat auch eine schöne Vorgeschichte, wo wirklich die Leute auf Reisen gehen. Sie sind immer ein Professor, der Bischöre, während es irgendwie auf Reisen geht, gefühlt. Und ist auf jeden Fall sehr schön präsentiert. Und meiner Meinung nach hat das die perfekte Szene mit einem Willen. Moment. So, ich kann das hier natürlich nicht abspielen, aber das ist diese Szene, wo Captain Nemo, der hat da seine Orgel, wo er dann dieses typische Orgellied macht. Diese, diese, oh, ich habe vergessen, ich wusste mal, wie das heißt. Was er halt in jedem Bösewicht-Film hört, ja. Da kommt das so ein bisschen her, ist mein Eindruck zumindest gewesen. Wo er spielt und auch schöne Emotionen sieht, dass der halt, also das ist zwar der Bösewicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht aber auch nicht der Bösewicht. Das ist halt ein komplexer Charakter und der zeigt da schöne Emotionen. Und das sind halt so Schauspielfähigkeiten mit schöner Musik und allem, die sehr einzigartig sind. Und das sieht man jetzt hier in diesem Video dann auch, dass das halt im Museum steht, das ganze Ding, sobald das mal laden würde. Dieses Internetschrott oder was. Also wenn ihr hier auf jeden Fall guckt, unten auf den kleinen Bildchen, dass es halt im Museum steht, weil das halt echt als Modell gegeben hat, das Ding. Und das macht das Ganze so schön plastisch. Das kommt vielleicht aus den 50er Jahren, aber wenn ihr die Requisite und alles seht und die Spezialeffekte und so, aus meiner Sicht hätte es auch eine recht neue Produktion noch sein können, wer Angst hat vor alten Filmen. Also ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Ich habe den als Kind sehr häufig gesehen, auch als Erwachsener ein paar Mal. Die beste Fassung auf jeden Fall davon kann ich persönlich sehr empfehlen. Also würde ich auf jeden Fall als Klassiker mitempfinden. Und Kirk Douglas Filme sind sowieso gut. Meuterei auf The Bounty, da gibt es jetzt, ich glaube, drei Fassungen meines Wissens von. Ich weiß nicht, ob es auch eine vierte gibt. Drei Stück gibt es auf jeden Fall. Eine Schwarz-Weiß-Fassung, dann gibt es halt diese Farbfassung aus den, ich glaube, 60er Jahren war das jetzt. Und dann gibt es eine neue aus den 80ern. Ich persönlich finde alle drei sehenswert, würde aber die neue Fassung, dass wir hier vorne die, würde die besonders empfehlen. Worum geht es bei der Motorhäufer Bounty? Naja, da geht es halt darum, dass eben diese Bounty, so ein kleines Schiff von der Royal Navy, fährt halt dann in die Südsee oder wo die da hinwollten und sollen da so eine Kartoffelpflanze holen, weil das wohl eine tolle Sache sein könnte. Und der Kapitän, der schindet seine Crew dafür besonders, weil er halt dann Rekord aufstellen will und alles beweisen will und so weiter. Und die Crew mag das nicht und dann kommt es dann zu dieser Meuterei eben dann später. Ist sehr, sehr gut gemacht. Spielt halt hauptsächlich auf dem Schiff und später auch auf der Insel. Und je nachdem, welche Fassung man guckt, kriegt man halt einen anderen Schwerpunkt so ein bisschen. Ich persönlich finde halt die neueste, wie gesagt, am besten. Ich kann mal ein paar Schauspieler zeigen. So, das wäre die neueste Fassung. Und in der neuesten Fassung habt ihr halt, also es ist immer noch alt, in Anführungszeichen, 80er oder sowas, da habt ihr halt wirklich Mel Gibson, Anthony Hopkins, Liam Neeson, wo noch richtig jung war, Daniel Day-Lewis. Also das ist halt wirklich eine atemberaubend gute Besetzung in Summe. Und entsprechend gut ist das auch dann eben gemacht auf dem Schiff. Also kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich persönlich fand halt, als ich das wieder und wieder gewotcht habe und die Schauspieler mir bekannter und bekannter wurden, fand ich interessant, die in jüngeren Jahren zu sehen, vor allem die Schauspieler in ihren Rollen. Aber wie gesagt, alle Fassungen sind gut, also aber hier gerade Anthony Hopkins als Kapitän, Blei, der schiebt, glaube ich, ab so einen Vogel da ab. So, für alle, die wissen wollen, wie historisch das ist, History Buffs hat über die Bounty ein Video gemacht, 40 Minuten, wo er eben auf alles hinweist, was halt historisch ist und ahistorisch ist. Und in Summe war der sehr zufrieden mit dem Film, bis auf zwei, drei kleine Ausnahmen. Aber in Summe war der sehr zufrieden mit dieser Fassung. Also wer darauf sehr viel Wert legt, der wird da auch entlohnt, belohnt. So, jetzt hier wird es ein bisschen schwieriger. Da gibt es ja so Sachen wie Nobeteer Größte. Ich persönlich halte das auch für einen Klassiker. Aber manche sagen, das sind so Spaghetti-Western für unterwegs oder so, wie man das nennen möchte. Also ich persönlich finde die Nobeteer-Reihe, es gibt, glaube ich, drei, den neuesten kann man, glaube ich, vergessen. Aber es gibt zwei alte Nobeteers, aus 72 und aus 75. Und ich finde beide gut. Der eine Nobeteer ist hier vorne. Vielleicht zeige ich es mal gerade. So, also es gibt zwei Nobeteer-Filme. Und bei dem einen, das ist halt hier mit Henry Fonda. Henry Fonda, ist das richtig? Ja, ne? Das ist ein ernsterer Film, wie ich finde, auch wenn der als Komödie vielleicht durchgehen mag. Da geht es halt um den, Henry Fonda ist halt der, der ist so ein alternder Revolverheld. Revolverheld, aber ein guter Revolverheld, ne? Also keiner von den Bösewichten. Und der ist halt älter geworden und möchte halt aussteigen aus diesem Revolverspielchen. Und Terrence Hill ist halt, der nennt sich Nobody, ist auch niemand, ja, keiner kennt ihn. Und dem ist daran gelegen, weil er ein großer Fan von dem ist, dass der halt nicht einfach nur aufsteigt und verschwindet klammheimlich, sondern mit so einem großen Pam-Pam, mit irgendeinem Riesenereignis verschwindet, ne? Und von da bereitet er hinter den Kulissen ganz geschickt Sachen vor, damit er halt mit der hellen Tat abtreten kann sozusagen aus diesem Westernleben. Und das ist ultra, ultra interessant gemacht, auch sehr ernst gemacht, sehr langatmig gemacht. Also es hat so Comedy-Einlagen, aber ich würde schon sagen, dass das in Summe eher ernsthaft ist, das Ganze. Die Musik von Merikone, wie spricht man den aus? Moment. So, Ennio Morikone heißt der, also mit Orchester und allem. Der hat halt zu beiden Filmen die Musik gemacht und die ist wirklich atemberaubend gut. Die kann man sich auch so einfach anhören, wie ich persönlich finde. Die passt auch super auf die ganzen Szenen, ne? Also es ist nicht einfach so ein Billigwestern oder irgendwas. Das ist wirklich mit hoher Qualität gemacht, das würde man da vielleicht gar nicht so erwarten. Das ist die eine Geschichte, also die Musik kann ich sehr empfehlen dazu. Die gibt ja nochmal so eine extra atmosphärische Note. Das ist tatsächlich auch ein bisschen traurig, das Ganze. Zumindest von der Musik her. So hört sich das oft an. Und dann, wenn ihr einfach nochmal einen Geschmack von der Tiefe davon werden wollt, weil ihr denkt an Terrence Hill, Komödie und so, ne? Und bei diesem neueren Terrence Hill ist das ja auch ein bisschen sehr albern gemacht. Jetzt muss man aufpassen, sonst kriege ich wieder Ärger. Da gibt es halt mehrere schönen Sachen. Also neben dem einen Terrence Hill habt ihr zum Beispiel hier, da darfst du dich nicht bewegen, sonst kriege ich Ärger. Da habt ihr einen Klaus Kinski zum Beispiel, ne? Da gibt es eine sehr lange Duellszene mit dem, die atemberaubend gut ist. Der Klaus Kinski mag ja ein Vollidiot gewesen sein damals. Aber wenn der gespielt hat, gerade wie er da die Rolle gespielt hat, absolut sehenswert. Also hockt euch die Szene vielleicht mal an, um eine Idee zu bekommen. So, aber ansonsten, wenn ihr mal von der Ernsthaftigkeit einen Eindruck wollt, hier vorne ist diese Friedhof-Szene, könnt ihr ja mal so eingeben dann. Das war dann im Englischen. Aber die gibt einen Eindruck davon, wovon ich da spreche. Also da wird mit Bildsprache gearbeitet, da wird mit toller Musik gearbeitet, mit den Schauspielern, aber auch eben mit einer tiefgreifenden Idee, ja? Also das ist nicht einfach nur so eine Ballerszene oder mal kurz Musik oder so. Also da habt ihr wirklich das Gefühl, dass da alle möglichen Sachen zusammenkommen. Und das ist wirklich eine Kunst, ja? Und ich finde, dass ich das so atemberaubend schön immer fand. Ist halt ein bisschen langatmig und vielleicht auch nicht für jedermann, aber ich persönlich würde es empfehlen. Ich habe es letzte Woche sogar geguckt, das letzte Mal. Das wäre auch die materielle Zeugs. Norbert ist ihr Größte und mein Name ist Norberti, glaube ich, oder so. Ich vergesse auch die Namen. Aus den 70ern noch, ich war beide, 72 und 75. Rocky auf jeden Fall. Da gibt es ja mehrere Teile von. Ich persönlich würde Teil 1, das Atemraum, gut empfehlen. Moment. Da muss man wieder mit dem Bildchen aufpassen. Wenn ihr nur Rocky eingibt, dann kriegt ihr halt alles. Das drückt natürlich sehr wenig aus, aber mit dem Trailer kriege ich wieder Ärger. Also das wird zum Rocky 1 wahrscheinlich. Und zwar geht es eigentlich um den Boxer, ja? Aber es geht nicht um Boxen. Also es geht eigentlich um die Person Rocky, dass jemand in der Pferde Delfia wohnt. Der boxst zwar nebenbei, aber der arbeitet nebenbei auch. Und alle Welt trampelt auf den rum und er hat keinen Erfolg im Leben. Und diese ganze Geschichte, ne? Und Battle Arm und alles. Und eines Tages kriegt er halt von Apollo Creed, das ist der eine Kamerad hier vorne. Na, ist ja auch egal. Da. Der da. Kriegt er halt die Gelegenheit, er ist ein Champion-Boxer, gegen den Champion anzutreten in einem Fight. Und auf einmal ändert sich so ein bisschen sein Leben, ja? Und dann fängt er halt an, vieles sich zum Positiven zu ändern. Und da gibt es auch halt vielleicht von zwei Stunden, ist halt eine halbe Stunde dann, ne? Wie er trainiert und alles. Und die Boxszene am Schluss, dieser große finale Kampf. Aber der Rest geht wirklich um sein Leben. Wie halt am Anfang wird alles gezeigt, wie es ihm dreckig geht. Und wie sich das Leben so stückchenweise bei ihm dann auch ein Stück verbessert. Und das klingt vielleicht erstmal nicht spannend, aber es geht wirklich auch nicht um Boxen. Es geht wirklich nur um das Leben. Es ist ein Charakter von diesen Menschen. Und das Interessante daran vor allem ist, also es ist sehr realistisch dargestellt, wie ich finde. Und ich glaube, es ist dadurch kommt, dass Sylvester Stallone das Drehbuch halt selber geschrieben hat. Und in einer Phase seines Lebens, wo er tatsächlich ähnlichen Zustand, also ich weiß nicht, wie schlimm es sein Privatleben war, aber er war auch arm, hatte mit der Schauspielerei nicht wirklich Geld verdient und alles, und hatte da auch Probleme. Und die wollten sein Drehbuch zwar kaufen, haben die gesagt, aber er wollte unbedingt Sylvester Stallone, wollte die Hauptrolle halt haben, wollte halt selbst diese Rolle verkörpern und spielen. Hat er auch für sich persönlich wahrscheinlich auch geschrieben. Und dann haben die gesagt, nee, wenn du das machst, das wollen wir nicht. Also die haben immer mehr geboten. Ich glaube, 300.000 Dollar haben sie dann aufgehört zu bieten, was ja für ihn damals extrem viel Geld gewesen wäre. Und dann hat er immer Nein gesagt. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das Drehbuch, wollen das trotzdem verfilmen, aber dann machen wir ein ganz kleines Budget. Da musst du damit klarkommen. Und deswegen ist auch alles, was man da drin sieht, die haben teilweise Kameramannen von der Straße genommen und sowas und ganz billige Szenen und so ein Zeugs. Und trotzdem haben sie aber super Musik. Also von daher, der spielt quasi so ein bisschen was, was seinem Leben ähnelt, hatte ich den Eindruck, wenn man sich dann so anhört, wie er es erzählt hat. Und man merkt, das ist auch eine Rolle, die wirklich lebendiger gar nicht sein könnte. Also es ist ein Charakterporträt von einem, dem es halt nicht gut geht in Amerika. So könnte man das zusammenstellen. Und deshalb am Schluss halt dann mit Boxen kommt er halt dann ein Stückchen weiter. Klingt jetzt mal alles nicht so toll, aber für mich einer der bewegendsten Filme überhaupt. Bei Rocky 2 geht das noch ein bisschen da drum. Und je mehr Rocky eher nach oben geht, desto mehr geht es dann um Boxen immer auf jeden Fall. Also 4 geht, glaube ich, ausschließlich um Boxen, könnte man sagen. 3 Boxer gegen T. Soll auch nicht sein. Als Boxfilm finde ich ja auch gut, aber dann würde ich sagen, 2 ist auf jeden Fall noch gut und dann 4. 3 muss man nicht sehen und als es über 4 ist, muss man auf gar keinen Fall sehen. Das wäre so meine kurze Zusammenfassung. Also 1 ist wirklich, seht es nicht als Boxfilm. Das wäre, glaube ich, ein Fehler. Das alte Galactica ist natürlich nice, aber die neue Galactica Serie kann man auch empfehlen. Ich weiß nur nicht, ob ich das Klassiker reinnehmen würde. Der letzte Countdown ist tatsächlich ein schöner, schöner Film. Und zwar von der Geschichte her geht es da drum, dass ein moderner Flugzeugträger in so einen komischen Sturm gerät und dadurch in die Vergangenheit gerät zur Zeit von Pearl Harbor. Also kurz bevor die Japaner im Zweiten Weltkrieg Pearl Harbor angegriffen haben, gerät er dahin. Das heißt, er muss sich dann entscheiden, ob er eben den Angriff von Pearl Harbor mit seinen modernen Fähigkeiten unterbinden möchte und dann den Krieg eben verändern möchte. Und welche Folgen hätte das halt alles? Also ich würde zum Beispiel argumentieren, hätten die das wirklich verhindert, die Pearl Harbor-Geschichte, dann hätten sie der ganzen Welt keinen großen Gefallen getan, unter Umständen. Aber das ist halt so eine Idee, da wird ein bisschen drüber diskutiert über dieses Thema. Und dann gibt es noch zwei, drei andere politische Sachen, die da mit reinspielen. In jeden Fall ist das ein Flugzeugträger, der in die Vergangenheit gerät mit so einigen Problemen, die da auf ihn zukommen. Und schön sehen, so eine alte Zero dann auf einmal drüber fliegt und dann wundert sich der Japaner und was nicht alles. Und dann natürlich hier Kirk Douglas wieder dabei und berühmte Schauspieler in Summe. Also ich würde sagen, das ist wirklich ganz, ganz gelungen gewesen. Ich habe den sehr gerne geschaut und eine Zeitreise mit einem großen Kriegsschiff ist sowieso eine tolle Sache. Hätte man vielleicht mehr daraus machen können, das würde ich nicht abstreiten, aber das, was sie daraus gemacht haben, finde ich auf jeden Fall sehenswert. Da können auch viele Fragen stellen, wie kann ein Flugzeugträger und Logistik da überleben, bla bla bla, warum wollen die wirklich zurück, die können ja die ganze Welt zum Besseren werden, die wissen ja alles über Kalkrieg und Co. Da kann man viele, viele Fragen stellen, aber das, was sie zeigen, ist auf jeden Fall schön. Also mir hat es gefallen. Ich würde ihn empfehlen. Hier wieder so eine Komödie, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, gibt es auch in einem verrückten Raumschiff, ist eine Parodie auf alle möglichen Flugzeugentführungen, Abstürze, Filme. Fand ich sehr witzig. Ich bin eigentlich kein Verrückter Parodien, aber den fand ich witzig. Shogun, habe ich glaube, schon ein paar Mal darüber geredet. Auf jeden Fall, da wird auch eine Neuverfilmung von gemacht gerade, glaube ich. Da gibt es natürlich wenig Bildchen drauf, das wird zum Beispiel da raus. Das ist aber aus der Neuverfilmung dann. Genau, wird neu gemacht. Also, was man sagen muss, ist, es wurde dieser Roman, den der James Clavell geschrieben hat, der wurde mit Hilfe von James Clavell dann eben auch verfilmt, sodass es eben auch wirklich gut zusammenpasst, obwohl ich persönlich den Roman massiv besser als die Serie fand, aber die Serie fand ich trotzdem Atembaum gut, alles zusammenkommt. Und das Besondere an der Serie ist, erst mal vorhin handelt die vielleicht kurz, der Blackthorn hier vorne, so heißt der, der landet halt im Japan, ist da schiffsbrüchig geworden und wird dann da eben eingespannt für politische Zwecke von den ganzen Daimus, da könnte man sagen, und einem besonderen vor allem und muss dann Sprache und Kultur lernen und sich da irgendwie zurechtfinden. Und die Präsentation ist ganz interessant, weil die Japaner nur Japanisch sprechen ohne Übersetzung, so muss ich hier genauso viel verstehen wie Blackthorn, wenn die reden. Deswegen immer wieder Übersetzer notwendig sind, die aber vielleicht nicht immer die Wahrheit sagen, wie vermutet wird, weil zum Beispiel das von Jesuit ist, der andere Interessen hat als der Blackthorn zum Beispiel und das könnte zu Problemen führen bei den Übersetzungen. Ab und an kriegen wir aber doch mal einen Geschichtenerzähler, der ein paar Sachen zusammenfasst, dass wir ein bisschen mehr begreifen. Aber es ist halt faszinierend, wie realistisch das eben dargestellt ist, nicht nur durch die Sprache, sondern durch viele verschiedene Dinge. Ich persönlich fand ein paar Szenen halt im Buch massiv besser als in der Serie, aber trotzdem ist die Serie richtig gut. Wenn ihr die schaut, würde ich sagen, der die erste, die erste Episode ist vielleicht ein bisschen sehr langatmig. Ich glaube, da gibt es da, das ist halt mit Gefangenschaft und so weiter im japanischen Gefangenschaft und ich glaube, das ist, weil der Autor selber im Zweiten Weltkrieg in japanischer Gefangenschaft war und er hat das damit wahrscheinlich ein bisschen verarbeitet. Aber ich fand das persönlich ein bisschen langatmig und unnötig lange, die erste Episode mit der Gefangenschaft. Aber danach nimmt das richtig Fahrt auf, muss man also ein bisschen Geduld vielleicht haben. Ansonsten tolle Charaktere, also das ist nicht so der Standard Samurai irgendwas, da gibt es verschiedene Ausführungen, könnte man sagen. Also da ist wirklich alles drin vertreten, was einen überrascht auch. Die Kampfszenen sind nicht so spektakulär, muss man aber auch sagen. Da hätte man sich ja mehr rausmachen können. Genau, so Komödien für nebenbei. Conan der Barbar ist auch so ein typischer, ich würde ihn als Klassiker auch bezeichnen. Und zwar gibt es ja viele Fassungen, aber Conan der Barbar ist das Original, ja? Also Schwarzenegger, Muskelpaket. Tatsächlich musste der Muskelmasse abnehmen, damit die den als Schauspieler wollten. Das Schöne an diesem Ding ist, als er das gedreht hat, hat er ja auch Schauspielunterricht bekommen während des Drehs, weil der Regisseur nie zufrieden war mit dem, wie er das gemacht hat. Und es gibt sogar eine Szene am Schluss, wo der eine Rede mit den Göttern hält, die wird irgendwann übernommen von dem Sprecher. Das war schon völlig fies, aber ich persönlich finde tatsächlich, wie er redet, Original. Also mit seinem Akzent und einfach alles, der ist für mich die Verkörperung des Barbaren, ja? Es gibt keinen besseren Konon für mich aus meiner Sicht. Also finde ich sehr gut. Schöne Musik dabei, schöne Kampfszenen dabei, nicht super realistisch, die Kampfszenen, ja? Aber auf jeden Fall alle atmosphärisch. Und Arnold, wie gesagt, der füllt halt die Rolle perfekt aus. Ja, das könnte man sagen, macht der Film den Schauspieler, macht der Schauspieler einen Film oder wie man das nennen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Predator nehme oder auch drin war, würde ich sagen, dass Arnold zwar da rein passte, aber eigentlich macht der Film den Schauspieler. Hier ist es andersrum, hier macht der Schauspieler den Film schon eher, finde ich, ne? Also da muss man unterscheiden, das ist wirklich etwas, den ich wegen dem Schauspieler schon gucken würde an der Stelle. Ja, da ist natürlich hier auch noch ein berühmter andere Darsteller bei, ne? Earl Jones hieß der ja, das ist der, die Stimme von Darth Vader, glaube ich, auch gemacht hat, wenn ich richtig erinnere. Auch super Rolle gespielt da, also sind auch ein paar bekannte Leute natürlich bei. Ja, also der erste Conan auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Der zweite kann man gucken, muss man nicht und Red Sonja ist im Prinzip Conan ohne Lizenz, wie ich das damals verstanden habe, den muss man gar nicht gucken. So, genau, dann Marocki. Star Treks, hatte ich glaube ich schon mal ein Video drüber gemacht. Also ich persönlich würde sagen, einfach nur kurz zusammengefasst, Star Trek 2 und 3 gehören ja irgendwo zusammen, die kann man auch zusammen gucken, sicherlich. Die sind auch ganz okay. Star Trek 1 zu lang naht mich, Star Trek 4 ist super, das kann man einfach so rausgelöst von allem gucken und Star Trek 5 habe ich auch im Kino damals gesehen, fand ich eigentlich auch nicht so schlecht, aber alle mögen es irgendwie nicht. Mich hat es nicht gestört, ich fand den ganz schön, vor allem der Start war schön. Also alle Star Treks bis Nemesis, also Star Trek 1 und alle ab Nemesis, Nemesis inklusive, die würde ich beiseite schieben, was dazwischen ist, ist gut, ja. First Contact ist wahrscheinlich noch einer der besseren sogar. Tron, auch ein Disney-Film, damals waren die halt noch gut und ernst. Rambo, ja, aber First Blood Rambo, da muss man unterscheiden. Also die anderen reißen ja auch Rambo First Blood. Finde ich persönlich auch einen sehr schönen Film, ich habe auch die DVD natürlich hier. Man kann man auch auf den ersten Blick auch sagen, ist wieder wahrscheinlich ein primitiver Actionfilm, also als mir damals jemand gesagt hat, guck mal Rambo, dachte ich halt auch, ja, so ein Actionfilm, da habe ich nichts über, das ist einer von vielen. Also was ist es denn? Also es handelt von John Rambo, der aus dem Vietnamkrieg zurückkommt und dann irgendwo in Amerika, in so einer Kleinstadt, auftaucht und dann möchte der halt einen alten Kameraden besuchen, der dann verstorben ist und ist halt deswegen auch so ein bisschen, also eh traumatisiert von den Vietnamereignissen und dann kommt er halt zurück, hat sich gefreut einen Kameraden zu sehen und ein bisschen Freude zu haben und hat erfahren, dass er gestorben ist und dann total deprimiert und so geht er dann quasi durch diese Kleinstadt und fällt halt dadurch auf, ja, keine Ahnung, das ist der Sheriff, der denkt dann wahrscheinlich, dass er ein Massenmörder oder sowas, ja, der mag das nicht und will ihn aus der Stadt begleiten. Nun ist das Schönheitsproblem bei der Geschichte, dass er halt für sein Land geblutet hat, ja, und traumatisiert worden, seine Freunde gestorben sind, alles für Amerika, ja, das ist die Idee da und jetzt da aber in Amerika, für die er es gemacht hat, noch nicht mal durch die Stadt gehen und dann Kuchen essen, ja, und das fuckt den ein bisschen ab, ja, und dann führt das eben, kommt das deswegen zum Konflikt zwischen ihm und dem Sheriff und dann kommen halt viele Kämpfer und was nicht alles dazu und schöne Action-Szenen, die alle gut gemacht sind, wie ich finde, sehr gut gemacht sind. Das Schöne an dem Ganzen in Summe ist meiner Meinung nach, dass der Charakter von John Rambo, dass man wirklich das Gefühl hat, hier auch ähnlich wie beim Rocky, das machte der The Last of Us wirklich super gut, dass man das Gefühl hat, dass das wirklich dieser Mann ist, der Tiefe genug hat, also der aus Vietnam zurückkommt, der das und das als Vorgeschichte hatte und sich so und so auch wirklich benehmen könnte, ja, wenn ich mir heute sowas vorstellen könnte als Neuverfilmung, da habe ich immer das Gefühl, ja, das wird jetzt einfach mal abgehandelt, die Action-Szenen, ja, aber hier hat man das Gefühl wirklich, dass das ein echter Charakter sein könnte, ja, und diese Szenen organisch aufgebaut sind, also es ist wirklich gut gemacht, einfach filmerisch, würde ich mal sagen, und so Szenen wie das hier, das wird jetzt nicht übertrieben, ja, das sieht ja ein bisschen unnatürlich episch aus, das wird dann im zweiten und dritten Teil, schießt das ein Vogel ab, der zweite und dritte Teil ist dann einfach nur Action, kann man sagen, da geht das fast über Bord, ob diese ganze Thematik von dem Kriegsveteranen, der misshandelt wird sozusagen im eigenen Land, das war aber hier schön thematisiert worden, wie ich fand, für einen Actionfilm. Kriegsspiele kann man sich auch als Klassiker betiteln, könnte ich mir vorstellen, und zwar der, ach, ich hab den Namen von Brothed, Matherick, ich hab das bestimmt komplett falsch, auf jeden Fall er hier, der ist, er spielt in den 80er Jahren, wo da auch herkommt, der Film, und da gibt es diesen Supercomputer, diesen sogenannten Whopper, der im Prinzip Kontrolle über das Militär, wenn der weniger hat und dann diese Atomspielchen machen kann, man schießt eine Rakete ab, und er hier, er lockt sich halt seinen Heimcomputer ins Internet ein beim Pentagon, oder übers Internet ins Pentagon, und connectet sich halt mit dem Whopper zusammen, und spielt mit denen dann ein Spiel, also er glaubt, das wäre ein Spiel, und fordert den Whopper halt heraus, den 2. 3. Weltkrieg vom Zaun zu brechen und so ein Zeugs, und irgendwann merken die dann, das könnte ein Problem sein, dass es doch kein Spiel ist, und dann nimmt die Geschichte halt Fahrt auf, und dann wollen die halt dagegen vorgehen, und er ist der Einzige, der den Whopper überzeugen kann, dass sich das nicht lohnt, was durchaus unrealistisch ist, ja, dann hätte man sich ja bessere Leute für und so weiter, aber das ist so ein bisschen die Grundgeschichte, und als das angefangen hat, war halt einfach die Frage, diese Supercomputer-Geschichte immer wieder, wie gefährlich ist denn das, das wird ja überall thematisiert, auch in Terminator, mit dem Skynet, das ist ja sehr ähnliche Thematisierung, oder in einer der allerersten, die auch noch vor Wargames war, in Colossus, also vielleicht zeige ich das, Colossus, bestimmt falsch geschrieben, okay, das ist ein anderer Colossus, wie könnte, so, also das wäre Colossus, The Forbidden Project, ist halt schon was älter, ist aber tatsächlich in Farbe, auch wenn das hier irgendwie schwarz-weiß ist alles, also ich bin ziemlich sicher, dass das Farbe ist, und zwar haben die, die Amerikaner, ich glaube, es sind die Amerikaner, kann auch sein, dass die ganze Welt ist, ich glaube, es waren die Amerikaner, die haben auch so einen Computer-Computer gemacht, so einen Colossus, nennen die den, und das hier ist Forbidden, der Entwickler von diesen, der Programmierer und was nicht alles, und dieser Colossus, der hat jetzt die Kontrolle über die Atomwaffen, und ist der Meinung, dass die Menschen, dass man denen nicht vertrauen kann, und dass man da, dass er das Selbstärztin in die Hand nehmen soll, und will dann die Weltordnung komplett oben stellen, aber er kann das nicht alleine schaffen, weil er doch jemand braucht, der abmacht, man die Wartung von seinen Maschinen und sowas durchführt wahrscheinlich, und dessen soll sein alter Erschaffer, der Forbidden, das machen, und zwischen den beiden gibt es dann eben dann diesen Konflikt, also der arbeitet erstmal für Colossus dann, aber hinter den Kulissen versucht der Colossus natürlich zu dismenteln, weil die Kontrolle der Menschheit auf einmal in der Hand von dem Computer liegt, der doch fragwürdige Entscheidungen vielleicht trifft, und das thematisiert das, das ist halt aus den 70er Jahren, ist sehr langatmig, geht relativ lange, ist stellenweise vielleicht auch ein bisschen trocken, aber ich fand es tatsächlich faszinierend, und meines Erachtens der Erste dieser Reihe, der schön darstellt, das ganze Thema, also ich fand das sehr gut, und dann natürlich noch ein schöner Komplex, wo der Colossus in diesem Berg drin ist, auch schöne Szenen dafür, wie sieht so ein Supercomputer aus, also Science Fiction, der Feinsten, wenn ihr mich fragt, aber man muss Geduld mitbringen, hat wenig Flash, Star Wars, ne, brauche ich nicht drüber reden, Die Glücksritter ist auch erwähnenswert, wirkt jetzt erstmal wie eine Komödie auf den ersten Blick, ist tatsächlich auch eine Komödie, aber mehr als das, und zwar, also erstmal, ne, klar, wieder Top-Schauspieler dabei, Eddie Murphy, Dan Aykroyd, die Idee dahinter ist, hier sieht man es, glaube ich, noch mal fast ein bisschen besser, ist, das ist ein, ein Charakterexperiment, das ist, glaube ich, das richtige Wort, und zwar Eddie Murphy spielt so einen, ich weiß nicht, ob man das Verlunken nennen will, also er lebt auf der Straße und tut so, ob man nicht gehen könnte, erzählt Lügengeschichten, also kriegst du da rein, oder irgendwas sowas ist, einfach um mehr Geld zu erbetteln, also charakterlos in den Augen von diesen beiden Geschäftsmännern, die super reich und mächtig sind, und der Dan Aykroyd ist ein Geschäftsmann, der wirklich nie irgendwas Falsches macht, ja, also Harvard Abschluss, super moralisch, macht immer das Richtige, ja, also sie sind das absolute Gegenteil voneinander, und diese beiden Geschäftsleute, die haben gar keine Moral, die sind so mächtig und machen so viele gerne Spielchen, dass sie einfach eine Wette untereinander machen, wo die gucken wollen, ob sie jetzt Eddie Murphy von der Straße holen können und zu einem respektierten Geschäftsmann wie ihn machen können, dass er halt nicht lügt, betrügt und solche Geschichten, also sich auch gut benimmt und was nicht alles, ne, und auch so diesen Geschäftsmann, wenn sie denen alles wegnehmen, ja, Haus, Hof, Frau, alles, und der auf der Straße landet, ob das vielleicht dann krimineller wird, drogenabhängig und was nicht alles, ne, die wollen damit ein Experiment durchführen mit den beiden, also von daher führen die dann eben Dinge durch, ne, sorgen halt dafür, dass er eben quasi aufsteigen kann und dass er einen rapiden Abstieg hat und das wird auch ein bisschen lustig dargestellt, das Ganze, aber es thematisiert halt diese Sachen, ist es jetzt wirklich Aufbringung oder einfach nur, ist es vielleicht, was man gerade hat, dass das Verhalten beeinflusst, ne, also interessante Diskussion, das ist lustig und gleichzeitig geht es in die Tiefe, also ich kann es wirklich deshalb sehr empfehlen, weil, das ist eine gute Kombination, das gibt immer nochmal ein bisschen extra drauf, das sind halt diese wertvollen Geschichten, wenn die dann, ne, mehr als nur einfach ein Gag sind für eine Sekunde, ja, Krul muss jetzt nicht immer ein Ding sein, das sind die alten Filme alles, Bounty hatten wir gerade, Ghostbusters, klar, würde ich auch als Klassiker bezeichnen, kenne aber die meisten, hoffe ich, also wenn ihr irgendeinen Ghostbusters gesehen habt, nur nicht den ersten, das ist immer das Problem, so ein bisschen bei diesen ganzen Serien, insbesondere diese ganzen Neuauflagen, die heutzutage kommen, das sind ja fast alles Katastrophen, ich wüsste gar keine gute Neuverfilmung von irgendwas oder Weiterführung, der Ghostbusters 1 ist wirklich ultra komisch und auch da hat man sich Zeit genommen, die Charaktere aufzubauen, die Witze sind einfach nur flach, das heißt also, Witze haben mehr als nur diese eine Sekunde Bedeutung und da ist wirklich viel drin, also die kann ich wirklich empfehlen, ich kann den heute immer noch gucken, ich glaube nicht, dass das ein Film ist, wo man sagt, man hat jetzt Kind geguckt, deswegen kann man bessere Erinnerungen dran, das ist wirklich ein guter Film, Starfighter ist auch nice, aber immer Klassiker fragen, Amadeus ist sicher ein Klassiker, da geht es halt um Wolfgang Amadeus, um sein Leben, wird aber aus der Sicht von Saleri hier vorne, seinem größten Kontrahenten, wie man das nennen möchte, gemacht, also der wird quasi im Alter interviewt und erzählt halt, was er irgendwie über Amadeus gelernt hat, also das Verhalten von Amadeus ist stark gefärbt durch natürlich seine negative Brille, der verachtet Amadeus, weil er ist halt konservativ und alles, und Amadeus ist halt total verrückt, aber er bewundert auch die Musik von dem, was er macht, die ganze Oper, was er da alles macht, also ist da der größte Fan, den man sich vorstellen kann, und muss das mit sich irgendwie im Reinen bringen, auf der einen Seite verachtet er den Mann, liebt aber seine Kunst und da hat er Probleme mit und das wird eben dann thematisiert drin, man lernt also was über Amadeus und gleichzeitig hat man einen schönen Charakterkonflikt, ist gut gemacht, wie historisch das ist, kann ich euch an der Stelle leider nicht sagen, also das, was er manchmal sagt, wenn er sich darstellt, glaube ich, ist an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt, wie historisch das aber ist, was er über, also wirklich wie, was er wie rum gemacht hat und wie er es dargestellt hat, der Amadeus selber, das könnt ihr euch jetzt nicht sagen, das könnte realistisch sein, er hat eine gute Bewertung, wo da denke ich, dass vieles stimmt wahrscheinlich, aber das könnte ich nicht drauf schwören. Fackel im Sturm, klar, habe ich glaube ich auch schon mal ein paar Mal drüber geredet, würde ich auch als Klassiker ansehen, gibt es auch Bücher von, handelt von, von den beiden Darstellern hier vorne, er kommt aus dem Süden, Plantagenbesitzer und er kommt aus dem Norden, also spielt im amerikanischen Bürgerkrieg, er kommt aus dem Norden und ist halt Industriemagnat oder wie man das nennen möchte, und die beiden lernen sich halt den Mexikokrieg kennen, also vor Mexikokrieg, weil sie bei West Point zusammen die Ausbildung machen und dann später kämpfen die Mexiko zusammen und im amerikanischen Bürgerkrieg werden sie aber eben gezwungen, auf gegnerischen Seiten zu kämpfen und wie das halt so weitergeht, und dann gibt es die ganzen Dramen, die dazukommen und das Schöne an dieser Serie ist halt, also erstmal, dass das schön historisch alles dargestellt ist, dass sie aber den Norden und den Süden gleichermaßen darstellen und vor allem, keine Seite ist perfekt, also beide Seiten haben ihre Stärken und Schwächen, also die sind irgendwie im Norden skrupellos mit ihren Arbeitern, aber im Süden ist natürlich Sklaverei, das wäre natürlich auch nicht besser, also da wird halt wirklich nichts schön geredet von beiden Seiten, also nicht so wie wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Gettysburg-Film guckt, also Gettysburg geht ja noch einigermaßen, aber der Teil, der nach Gettysburg kommt, der davor sein soll, ich habe da den Namen vergessen, wo beim Süden alles glorreich ist, das war schon sehr fragwürdig, die Sklaven waren frohe Sklaven zu sein, so ein Blödsinn ist das nicht, also das wirklich hier ernster von allen Seiten betrachtet, ist auch ein bisschen Soap-Opera drin, wenn ihr es so nennen wollt, also gerade der Schmus zwischen den beiden, da gibt es so ein paar Liebesgeschichten, das gehört irgendwo dazu, mich persönlich hat es jetzt nicht gestört, wäre es rausgelassen worden, hätte mich das auch nicht umgebracht mit Sicherheit und der Bürgerkrieg steht aber wie gesagt auch ganz, ganz populär da drin, die ersten Episoden sind allerdings vor dem Bürgerkrieg, also da ist mehr Soap-Opera, wenn ihr so wollt und die mittleren Episoden sind dann Bürgerkrieg bis zum Ende, es gibt dann auch nach dem Bürgerkrieg noch die Reihe vom Fackeln im Sturm, die geht aber dann, also die hat dann nichts mehr mit diesem Epos zu tun, wie ich finde, auch berühmte Schauspieler, würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen, hat mir persönlich gut gefallen, ja, Klassiker, Namen der Rose, vielleicht auch noch ein Klassiker, ich darf da nicht ranklicken, ne, also im Namen der Rose von Huberto Eco, ein Buch, habe ich persönlich nie gelesen, meine Mutter hat das früher gehabt und die meinte, es wäre extrem langatmig und das hat mich immer mein Leben lang so abgeschreckt, dass ich nie gelesen habe, aber die, ich habe den Film natürlich tausendmal geguckt und zwar handelt das, gibt es da eine neue Fassung von? Das wusste ich gar nicht, ach, das könnte ich vielleicht auch mal reingucken, aber sie kann natürlich unmöglich mithalten mit dem, was John Connery gemacht hat, ne, Christian Slater und John Connery, also, jetzt mal im Ernst, wann kriegt der die beiden zusammen, ja, also, es handelt auf jeden Fall von den beiden Mönchen, also er ist ein angehender Mönch und er ist ein Mönch und die kommen in so ein abgelegenes Kloster, wo es eine riesen Bibliothek gibt und dort hat ein Mordstaat gefunden oder mehrere Morde finden da statt und er war früher, in seinem früheren Leben war er Inquisitor und deswegen bitten die Mönche ihn halt, diesen Mord aufzuklären, weil Inquisitoren halt, ne, auch berühmter Schauspieler, Inquisitoren halt, ja, halt Sachen aufklären, ja, ob er es glauben mag oder nicht und dann versuchen die halt, den Mord aufzuklären und da kommen dann so einige Sachen zum Vorschein, die ganz interessant sind und ist ein bisschen düster teilweise, ja, ist halt wirklich ein spannender Mordfall zu lösen, wie ich finde und wird sehr düster dargestellt, auf jeden Fall die mittelalterliche Welt, also das Mittelalter habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, aber John Conry selbst, also sie machen das alle gut, aber John Conry ist natürlich immer eine schöne Sache zum Gucken, gerade heute. Ja, Predator, das würde ich zusammenpacken, Predator, Alien, das sind ja diese Actionfilme, die heutzutage alle verhunzt werden, das richtige Predator, also ich weiß noch, wenn ich das erste Mal Predator geguckt habe in meinem Leben, das war dann im Fernsehen gewesen und ich dachte mir, okay, so die erste halbe Stunde, es ist halt ein Söldnerteam, um ihn drumherum mit seinen Söldnern, die, hier ist das Team, die halt in den Dschungel gehen, so a la Vietnam kann man sich das ein bisschen vorstellen und dann gegen die Vietcong oder sowas ähnliches, da kämpft keine Ahnung, was für Rebellen das sind oder was für ein Zeug das war und da wird nur rumgeballert und Männerwitze gemacht und alles ist hart und ihr denkt euch, okay, das ist ein etwas primitiver Actionfilm, da wird geballert, danke und wenn die das letzte Dorf überfallen, dann fragt ihr euch, okay, das ist eine halbe Stunde, die sind im Finale, was zum Teufel soll denn die nächste Stunde da bitte noch kommen und dann kam der größte Schock, den ich jemals in meiner Movie-Guckenden-Karriere hatte und zwar, wenn die dann fertig sind mit ihrer Mission und wir festgestellt haben, eine halbe Stunde lang mit schön viel Tiefe, dass das harte Kerle sind, dann fängt es auf einmal an, dass die von einem Alien gejagt werden, was zwischendurch immer wieder mal auftaucht und das ist halt deswegen so spannend, weil wir haben ja etabliert eine halbe Stunde davor, dass das halt wirklich eine super harte Gruppe ist, die weiß, was sie tut, das sind harte Kerle, das sind erfahrene Kerle, die machen keine dummen Fehler und dass das Alien die dann anfängt dann zu jagen, dann merkt man auch, wie die, bevor der Erste gestorben ist von denen, wie die halt vorsichtig werden, wie die nur die Runde liegen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und als der Erste dann stirbt, dann machen die auch clevere Moves, ja, mit Fallen stellen, Wachen aufstellen, also nicht sowas wie in heutigen Movies kommt, in heutigen Filmen würdet ihr zum Beispiel bei einer Vergleichbaren Szene würde dann einer von der Gruppe alleine in den Wald gehen, um zu sterben, ja, so einen Blödsinn haben die da nicht gemacht, ja, die machen da eine kleine Minifestung, bauen, Fallen stellen, sich überlegen, was das sein könnte, also die, die wurden als harte Kerle dargestellt, so dass wir wissen, wenn die Angst vor einer Bedrohung haben, dann ist es richtig gefährlich und die agieren clever, so dass wir auch wissen, die machen ihr Bestes und die Bedrohung dann trotzdem funktioniert, das ist wirklich eine Riesenbedrohung, ja, und Filme macht, das ist heute völlig undenkbar, wenn ihr euch irgend so ein Garbage anguckt und den neuen Predator-Filmen vor allem, ja, also die wussten wirklich, worum es da geht, ich würde nicht sagen, dass das die Glanz, Schauspieler der Leistung und Arnold Schwarzenegger den Film nach vorne bringt, sondern eben diese Tatsache, die ich gerade erklärt habe, ja, und dann gibt es eben den Kampf zwischen den Alien und dem, also den Predator und den Soldaten, ne, oder den Söldnern, also finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht, kann ich jedem empfehlen, ist meiner Meinung nach einer der besten Actionfilme überhaupt, die anderen Predator-Filme, also zwei, sollen noch einigermaßen okay sein, mich hat das jetzt nicht interessiert in der Großstadt und alles, was danach kommt, ist Klamauk, das kann man glaube ich nicht anders bezeichnen, und in dieselben Kerbe, weil das ja fast zusammengehört, ist halt Alien, ja, Alien ist Predator, genau, das hat ja nie was miteinander zu tun, die haben das irgendwie zusammengepackt, Alien, die Alien-Movies, gucken wir mal, ob wir eins hinkriegen, Alien kann ich auch sehr empfehlen, Sigourney Reaver hat ja alle Filme mit denen eigentlich gemacht am Anfang, also Alien 1, das ist dann Alien und Alien 2 heißt Aliens, ja, was sehr verwirrend ist, wie ich fand, die fand ich beide super, den 2er noch besser als den 1. sogar und danach ging es steil bergab mit der Alien-Serie und wenn der Alien vs. Predator steht oder was auch immer da dran steht in welcher Kombination, kann man gucken, muss man nicht. So, warum ist Alien so gut? Weil das ähnlich wie Predator halt aufgebaut ist. Die Akteure, also die fliegen auf, die kriegen so einen Funkspruch im 1. Teil, das sieht mir nicht richtig aus, die kriegen so einen Funkspruch im 1. Teil auf ihrem zivilen Raumschiff, so eine Crew von 5, 6 Mann und dann landen die auf so einem Planeten, finden da so komische Alien-Eier und dann kommt die erste clevere Aktion, wo halt dann Sigourney Reaver hat das, glaube ich, dann gesagt, wir können das Alien-Ei nicht mehr an Bord nehmen oder irgend sowas, weil es gefährlich wäre, ja, clever Reaktion und dann passiert das aber trotzdem, weil es da gibt es wichtige Gründe für, nicht weil das irgendwie Rufflestorm ist oder jemand aus Versehen den Schalter geklickt hat für die Tür und es gibt wirklich da eine Intrigue, ja, und dann kommen die an Bord und dann hat man halt das Alien, aber die erste Stunde vom Film und so taucht das gar nicht auf, man sieht halt nur, wie das langsam die Charaktere aufgebaut werden, wie man die kennenlernt, wie die lebendig werden, wie die echt werden und dann fängt das mit den Alien so langsam an und selbst dann wird es nicht dumm, ja, hier wieder, heutzutage würde man normalerweise, wie so, so ein Raumschiff zu fünften und das irgendwo in den Gängen krabbelt ein Alien, das erste, was man macht, man geht allein auf Toilette, ja, und dann verreckt man dabei, das würde heutzutage passieren, das haben die damals nicht so gemacht, die bewaffnen sich, die machen den Schlachtplan, die teilen sich auf, aber als Gruppe, ja, also, das ist wieder, wir haben ein kompetentes Team, was wir auch noch kennengelernt haben und weswegen wir mit denen leiden und dann haben wir eine, einen Plan, der uns als Zuschauer sinnvoll erscheint und dann klappt der Plan nicht und deswegen ist die Verzweiflung umso größer, ja, also auch hier, äh, feinste Story-Schreibgeschichte im ersten und im zweiten Teil, wie ich finde, genau wie bei Predator und das ist eine Kunst, die heutzutage bei den Actionfilmen vollständig fehlt, eigentlich bei fast allen vielen Filmen und dabei ist das noch nicht mal so schwer, das Konzept, ja, ich weiß nicht, worum das, worum es heute eigentlich mehr geht, verstehe es halt ehrlich gesagt nicht, na egal, so, Bloodspot finde ich persönlich auch schon ein Kult, aber das ist auch wieder, so eine Sache, mag nicht jeder, ist tatsächlich aber ein Kampffilm, ausschließlich Kampf, würde ich auch nicht als Metife ansehen oder irgendwas, wir haben das früher als Kinder dauernd geguckt, auch noch eine super Musik und zwar, da gibt es einfach, da gibt es ja zehn Teile von, aber nur den ersten würde ich empfehlen, da geht es um die sogenannte Kumite, weiß nicht, ob es in Hongkong oder so war, wo Van Damme quasi hingeht mit den besten Kämpfern der Welt und dann kämpfen die gegeneinander und es sind einfach schöne Kämpfe, schöne Musik, die Story würde ich nicht als Atemberaubung bezeichnen, wenn diese Kampffilme der 80er mag, für die ist das, glaube ich, ein ganz guter, genau wie Karate Kid und sowas. Der alte Willow, wer die neue Serie geguckt hat, wird das jetzt nicht glauben, aber der Film war tatsächlich gar nicht mal schlecht, ist ein Familienfilm aber, also wenn ihr das mit den Kindern gucken wollt, so, das geht auf jeden Fall, die Willow-Serie, lass die Finger davon, das ist so ein Blödsinn gewesen, das kann man gar nicht im Wort fassen, wie dumm der war, die Serie, aber der echte Willow-Film damals, genau, das wäre die neue Serie, die haben es auch, glaube ich, selber von ihrer eigenen Webseite runtergenommen, so scheiße war die, also der alten Serie, äh, alten Film, geht es um dieses Kind Alana, oder wie das ausgesprochen wird, die wird von diesem kleinen, ich habe vergessen, wie die heißen, aber von dem Willow gefunden, das sind alles so kleine Menschen und der soll die halt zu irgendeiner Zauberin oder so einer Festung, glaube ich, bringen und wird von dem Helden dann begleitet und sie soll das dann verhindern, aber, ne, da kommt dann was dazwischen, dann arbeitet die ja zusammen, die böse Zauberin, ist also ein Fantasy-Film, der wirklich für Erwachsene zu gucken ist, aber für Kinder auch gut geeignet ist, ähm, mit schöner Atmosphäre und alles, äh, ist nichts Spektakuläres, aber ist ein guckbarer Film, ist halt nur erschreckend, wenn ihr halt die neue Serie guckt, ja, dann, ohne Worte, genau, Prinz aus Sumunda, Nummer 5, weiß nicht, ob ich das Klassiker nennen will, aber ich fand die alle toll, Stirb langsam, ist natürlich auch wieder so ein, so ein Film, ich glaube, wir gehen jetzt hier neu, also ist wahrscheinlich der letzte, den ich jetzt mache, und diese ist natürlich nicht erschöpfend jetzt hier vorne, ne, weil ich jetzt hier gesagt habe, ähm, wie, also, ihr könnt die Liste, könnte man noch länger machen, ich habe auch nicht alle geedit, das war nur 174 oder so, da könnte natürlich noch 10 mal so viel drauf sein, gefühlt, äh, Stirb langsam auch ein Actionfilm, hier wieder, der meiner Meinung nach halt sehr gut gemacht ist, weil, ne, sinnvolle Action, sowohl der Bösewicht, als eben auch der Held, ähm, geben halt ihr Bestes, und von daher, äh, hat man das Gefühl, dass das eben auch realistisch ist, und kann dann mehr mitfiebern, Stirb langsam eins, da geht es um, äh, äh, McLean, hier vorne, ein Polizist, der zu Besuch ist, bei seiner Frau zu, zu Weihnachten in diesem Hochhaus, jetzt haben die eine Party, und er besucht die da, und während er die besucht, kommen da Terroristen in das Haus, und nehmen Geiseln, und er muss das dann alleine quasi im Haus lösen, das ist ja sehr klassische, das klassische Formular-Ding, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr gut gemacht, eben weil, gerade der Fiesling auch, jetzt habe ich den natürlich hier nicht, sehr realistisch ist, ist, glaube ich, letztens verstorben leider auch, der war auf jeden Fall richtig gut, ähm, ich persönlich, finde Stirb Langsam 2, den besten aus der Serie, 3 finde ich noch guckbar, und danach könnt ihr es auch völlig vergessen, und zwar Stirb Langsam 2, warum finde ich das als besten, ähm, ist für mich auch ein Weihnachtsfilm fast, spielt auf dem Flugplatz, mitten im Schnee, und, ähm, er hier wieder, der, der McLean ist auf diesem Flugplatz in der Nacht, wo schneit und alles, und war dann auch seine Frau, die gerade mit dem Flugzeug darüber kreist, und es kommen wieder Terroristen, die die Maschinen, äh, den Flugplatz quasi, ähm, erpressen können, ja, und zwar vom Flugplatz aus, und er muss das halt auf dem Flugplatz dann quasi lösen, weil die Polizei am Flugplatz, ähm, ja, unfähig ist, kann man, glaube ich, zusammenfassen, und meiner Meinung nach halt wirklich einer der Besten, weil es auch Twists dabei gibt, weil es wieder gute Schauspieler gibt, äh, äh, gute Bösewiche, ja, sieh der Bösewicht, ihr werdet den sicher kennen, der eine andere, ähm, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Liebsweißen eingeguckt habt, ähm, also, die hat halt, meiner Meinung nach, also, die haben beide Twists, der erste und der zweite Teil, eine Sachen, die unerwartet sind, aber der zweite Teil hat noch viel mehr unerwartete Sachen, als der erste Teil hat, beim ersten Teil habt ihr halt einen guten Bösewicht und guten Helden, und ein bisschen was unerwartetes, eine schöne Action-Szene, und beim zweiten Teil habt ihr zusätzlich noch, äh, mehrere Twists und unerwartete Wendungen halt eben, ne, und das macht den nochmal reizvoller für mich persönlich, und ich mag die Atmosphäre mit dem ganzen Schnee, klar, die töten sich alle nebenbei, aber ich gucke das gerne zu Weihnachten, also, ich finde das wirklich angenehm, so, das war auf jeden Fall, also, nicht das Töten, das ist nicht der Film angenehm, ja, also, für Action-Filme auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, wie gesagt, wir können das jetzt ewig weiterführen hier vorne, ne, wird dann immer moderner und neuer und alles, ähm, zurück in die Zukunft 1, würde ich auch sagen, ist nur ein Plus Ultra, aber das sind jetzt alles neuere Filme, ne, das wäre auf jeden Fall so ein bisschen meine Ecke, wo ich empfehlen würde, der mit dem Wolf-Tanz vielleicht noch als allerletztes, auch wenn er was neuer ist, ähm, habe ich jetzt letztens erst erfahren, dass der, ähm, also Regie hatte wohl auch der, der Kevin Kostner da drin, und der hat auch das mitfinanziert, indem er auf seine Gage verzichtet hatte, von, glaube ich, 6 Millionen damals oder so, und zwar, der das Drehbuch dazu geschrieben hat, also, der hat, glaube ich, erst das Buch geschrieben, und das hat Kevin Kostner, glaube ich, gefallen, und dann hat er das Drehbuch dazu geschrieben, das war ein Freund von ihm gewesen, äh, und dann hat Kevin Kostner gesagt, lass das mal verfilmen, das Drehbuch geschrieben, und da das aber kein Studio verfilmen wollte, das sind halt alle doof, die Studios, die haben irgendeine Standards in so einem Kopf, hat er gesagt, na, ich mach da mit, ich helfe dir da, und dann nehme ich halt keine Gage für den Film, ne, sodass man das ein bisschen mitfinanzieren kann, und da hat auch, äh, History Buffs ebenfalls, äh, ein Video drüber gemacht, das auch sehr interessant ist, und worum geht's da? Es geht halt um den McDumbar, so heißt er, glaube ich, Dumbar, der gerade frisch aus dem amerikanischen Bürgerkrieg zurückkommt, und der hat genug von den ganzen Töten und alles, und will nur in den Westen, und will Ruhe, und die Landschaft genießen und so ein Zeugs, ähm, und der kommt dann auf seinen Außenposten, irgendwo, dann mitten im Nirgendwo im Westen, und die Soldaten, die da eigentlich da sein sollten im Außenposten, die sind da nicht mehr, also bemannt er den alleine in Außenposten, was ihm da auch gefällt, ne, und da sind aber Indianer in dieser Ecke, und diese Indianer, die, ähm, mit denen freundet er sich dann an, und lernt dann deren Kultur kennen, und dann kommt eben eins zum anderen, und dann entwickelt sich die Geschichte, also es ist wirklich schöne Landschaftsszenen, atemberaubende Musik, ähm, kann man nicht viel zu sagen, ist wirklich, äh, ein super Projekt in Summe, der Wolf selber, hat glaube ich keine große Bedeutung, ist mir zumindest nicht aufgefallen, genau, schöne Kostüme und alles, wieder super Schauspieler, ja, das wäre einfach mal eine kurze Zusammenfassung, mit, mit ein paar Filmempfehlungen, also wie gesagt, man kann sich ja nochmal locker davor gehen, oder hinter gehen, und inzwischen gibt es auch nochmal ein paar Filme, ne, also ich habe sicher ein tausend gute Sachen ausgelassen, Trave Angry Men zum Beispiel, das ist der erste, mir aus dem Kopf einfallen würde, ähm, aber nur um einen kleinen Schlag, Rundumschlag zu geben, vielleicht sind ja ein, zwei Filme bei, auf die man gar nicht kommt, also ein Rocky und ein Rambo, wird man vielleicht kennen, aber der letzte Countdown, wird vielleicht nicht jeder kennen, ne, ähm, vielleicht könnte dem einen oder anderen damit, vielleicht, äh, ein bisschen weiterhelfen, als Filmempfehlung, würde mich zumindest freuen, in dem Sinne, ciao, ciao,